Die Safe-Lipotechnik ist ein spezielles Verfahren der Vibrationsliposuktion, das von der amerikanischen Plastischen Chihogen Wall 2010 beschrieben wurde. Die Vibrationsliposuktion wurde 1998 erst einmal von der US-amerikanischen Behörden für Lebens- und Arzneimittel zugelassen. Bei dieser Methode versetzt ein Motor die Hohlzone zu Fettabsaugen in Schwingung. Die Hohlzone bewegt sich bis zu 4000 Mal in der Minute 3 mm vor und zurück. Das Fettgewebe wird durch die Vibration gelöst. Die Safe-Lipotechnik wird in drei Schritten durchgeführt. Nach der Unterspritzung wird das Fettgewebe mit den Geräten vor Vibrationsassistierte Fettabsaugen und eine spezielle Kanüle aufgelockt. Anschließend wird das Fettgewebe mit 3 bis 4 mm dünnen Kanülen mit der Vibrationsliposuktion abgesaugt. Zum Schluss werden die Konturen mit einer speziellen Kanüle geebnet. Die Technik bietet viele Vorteile und wird daher in den USA häufig angewendet und hier bei uns. Gleichmäßige Absaugung des Eigenfetts. Dellen und Unregelmäßigkeit werden vermieden. Die Form der Kanüle schont die Gefäße und verhindert das Risiko von Blutergusse. Präzise und gezielt absaugen und spezielle vorgeformte Kanüle erhöhen die Sicherheit der Behandlung. Die Safe-Lipotechnik wird auch bei der Eigenfettbehandlung eingesetzt.